Wie kommt ein Autor zu der Idee für ein neues Buch? Und was muss beim Schreiben beachtet werden? Diese und viele weitere Fragen konnten rund 70 Schüler des Gymnasiums Wildeshausen am Montagnachmittag die Autorin Nathalie Matt und Silas Mattes stellen, die gerade ihre erste Fantasy-Reihe veröffentlicht haben. Beide waren aufgrund einer Initiative des Lese- und Schreibeclubs zu Gast in der Schulbibliothek. Ziel ist es, die Kinder wieder mehr zum Lesen zu bewegen. Das ist bisher sehr gut gelungen, berichtet Schulbibliothekarin Gabriela Wünsch. Nachdem beide jeweils aus der Buchreihe, die sie gemeinsam verfasst haben, vorgelesen haben, stellten die Schüler Fragen. So erfuhren sie beispielsweise, wie Matt und Mattes sich kennengelernt haben und zum Schreiben gekommen sind. Im Anschluss an die Lesung hatten die Schüler noch die Möglichkeit, ihre Bücher von den beiden Autoren signieren zu lassen. Das ist bisher sehr gut gelungen, wie Mattes sich kennengelernt haben.